Hallo und herzlich willkommen Willkommen YouTube, herzlich willkommen ihr Lieben und willkommen zu einer schaurig neuen Runde Resident Evil 7 Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid Mir zittert, ich höre schon wieder so ein Zittern in der Stimme hier Also mir ist schon wieder hier ganz schaurig und ich habe schon wieder weiche Knie, wie immer bei diesem Spiel Heute geht es weiter Jo, und ich habe hier meine Waffe, das sieht schon mal gut aus Ich versuche mich wie immer nicht ganz so heftig schnell zu bewegen Ich will nochmal bei Gewingheit in den Einstellungen schauen, ob ich von den Bildsprüngen her, dass es nicht zu unangenehm für euch ist, wenn ihr hier zuseht So, gespeichert haben wir Ich müsste jetzt nochmal in den Keller, oh Gott Wie komme ich da denn jetzt noch wieder hin? Ich glaube, ich muss hier durch, ne? Oder? Ne, Moment Ich gehe hier durch die Tür Und wenn alles schlecht geht, alles schlecht läuft, dann müsste ich ja nochmal in die Garage rein Und da dann nochmal hoch Oh Gott, wo ging das jetzt noch lang? Okay, ich meine hier Schnell durch, ja, schnell durch Garage, Garage, nee Hier ist sie nicht Ich muss doch zur anderen Seite Oh mein Gott, oh mein Gott Irgendwann werde auch ich mich hier wahrscheinlich einigermaßen auskennen Da, 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 da So, schnell runter Ich hoffe, der blöde Baker, der Ich ahne ja schon wieder Böse ist Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich hier mal reinguck Ich muss hier auf jeden Fall Da ist das zerstörte Fahrzeug vom letzten Mal Der liegt da noch Der liegt da noch Schnell hoch Schnell hoch Ich brauche unbedingt Hoch, 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 hoch Diesen blöden Kopf Jawohl Der muss hier Genau Irgendwie ein Hundekopf oder was war das? Ähm, ja Hallo, ich muss das Wir werden näher untersuchen L und R Ach, hier, da kann ich jetzt die Schraube lösen Sehr schön So, Schraube habe ich gelöst Kann ich das jetzt auch abnehmen? Da Ochsenstatur Da ist sie Sauber, Sauber, Sauber Die haben wir jetzt im Bestand So, jetzt schaue ich hier auch nochmal ganz kurz nach Ob ich hier noch irgendwas vergessen habe Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen haben sollte? Unten vielleicht auch noch Kann ich hier nochmal runter ohne Der ist ja tot, der Kel Ich gehe nochmal auf volles Risiko Und kann ich hier runter nochmal springen? Nee, ich kann hier nur Okay Okay, okay, okay Ich gehe hier nochmal eben rein Er liegt da noch Irgendwas habe ich hier doch bestimmt noch übersehen Da Flüssige Schimokalie Inventar kombinieren Flüssige Schimokalie Kombinieren R1 So So, Momento Da habe ich die Da habe ich die Wumme Da habe ich das Messer Okay Noch was übersehen hier Da habe ich alles rausgeholt Das sieht gut aus Okay Jetzt aber weg hier Hier noch ein Regal Irgendwas, was ich nicht Nee Ist gut Okay So Jetzt So Jetzt sollten wir Haben wir hier Da fehlt mir der Dietrich, glaube ich Nee Messer kann ich das nicht machen Ach, shit Nee Irgendwo muss hier noch ein Dietrich liegen Vielleicht habe ich eben Dietrich übersehen Da sind die Glaube ich doch nicht, dass hier kein Dietrich ist Da ist, glaube ich, auch noch flüssige Chemikalien drin Das ist nix Auch nicht Okay Irgendwo muss hier noch ein Dietrich liegen Boah, ist das ekelhaft Okay 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 Hier ist auch nichts Nee Ich finde hier so kein Okay, dann machen wir uns jetzt auf zur Tür Da ist nix Das ist das Bild Kann man das auch noch näher untersuchen Nicht, dass wir da auch noch irgendwas übersehen haben Haben wir nicht Gut Na, der speichert Das ist meistens kein gutes Zeichen Die Puppe können wir auch nicht nehmen Mit einem Messer Momento Das Messer Zack Die soll man nämlich, soweit ich weiß Soll man die zerstören Waffe, Waffe Ich brauche die Waffe Gut Okay Los geht's Ich brauche die Statue Auf geht's Oh mein Gott Was ist das? Sollten wir die Tür nicht lieber Oh shit Nicht lieber zumachen Besser ist das Oh, diese gruseligen Hände Wow, 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 wow Okay Hier bin ich noch gar nicht gewesen Da ist ne Flinte Die darf ich glaube ich nicht wegnehmen, soweit ich weiß Ich muss erst die kaputte Flinte irgendwie finden Ist hier noch irgendwas Chips Hier muss ich auch irgendwas Irgendwie muss ich noch was finden, ne Ah, ich muss hier irgendwas Genau, Moment Hier oben liegt doch was drauf Oder? Ne Da muss ich Genau Das habe ich noch nicht gefunden Das haben wir hier In mehr als 2,20 Personen vermisst Okay Irgendwie habe ich hier Schritte gehört Was ist das hier? Ein Pendel Ein Urpendel Das nehme ich auf jeden Fall mit Da kann ich nichts machen Die ist abgesperrt Ach, das ist auch die Skorpion Tür Oh shit Shit Welches Telefon ist das? Dieses hier Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal Es tut mir leid, aber Aber er ist jetzt tot Du bekommst das vielleicht sogar hin Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun Aber ich kann es jetzt nicht erklären Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel Aber du musst einen Weg aus dem Haus finden Okay Ich meld mich wieder Da ist Kraut Shoot me Shoot me Nee, ich verbrauch hier keine Ja Schieß auf mich Schieß auf mich Ach nee Das hätte ich jetzt auch gewusst Okay Okay Okay, wir gehen jetzt mal hoch Lass uns hochgehen Zehn Schuss habe ich Das ist ja auch nicht gerade viel Oh Die alte Oma hier Die alte Oma Die lebt glaube ich noch Ja Uah Gott Was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war Da geht es irgendwie raus Oh, hier komme ich Gucken wir mal rein Da ist das Billardzimmer Shit, wir sind hier irgendwo Ich mache aber erstmal hier diese komische Oh shit Oh shit Wie groß ist das hier denn? Kann ich das so? Jo Munition Munition Das ist schon mal gut Ach, da brauche ich auch wieder irgendwas für So ein Shit Oh Gott Oh Gott, da draußen läuft jemand Die alte glaube ich läuft da lang Okay, lassen wir hier reingehen Da ist ein Videotape Was haben wir hier? Müll Videotape Mia Das kann ich mir glaube ich angucken Das Videotape Gleich Schauen wir uns hier erstmal nochmal weiter um Oh, da haben wir noch was Blauer Hundekopf Ja, ein cooles Cooles Speaker haben sie hier Wo ist denn der Verstärker? Okay Hier geht es Schon wieder die Skorpion-Tür Das ist glaube ich keine gute Idee Wenn ich da reingehe Da ist die kaputte Flinte glaube ich Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist Ich glaube ich gehe da nicht rein Kann ich die nehmen? Ist in dem Raum Gucken, ob ich da irgendwie anders reinkomme Eine antike Münze Und da haben wir wieder Zack Was haben wir hier? Ich bringe den Tippi Mistkerl Den wir angefangen haben Von der Weitungsbereiche der Geräte Okay Wow, wow, wow Okay, wir gucken uns das Tape jetzt mal an Oh, mein Inventar ist auch schon ziemlich voll hier Schießpulver Kann man da irgendwas Oh nee, ich sag an Dass das keine Videokassette ist Weiß ich auch Kann man da nicht was herstellen? Nee, warte mal Schießpulver Pistolenmonition Jo Kann man die nicht zusammenführen? Nee, das geht nicht Was ist das? Oh, da kann man nichts machen Okay Alles klar Dann schauen wir uns jetzt das Tape an Eason, please watch this Nichts drauf, ha? Ja, da kommt bestimmt gleich was Mio Winters Old House 19. Juni Da, da ist sie Ethan Wenn du dies findest Ich weiß Ich kann von dir Wirklich nichts erwarten Nicht nach dem, was passiert ist Was ich getan habe Aber Ich will, dass du weißt Das war nicht ich Ich weiß Ich weiß nicht Was passiert ist Es gibt so viel Das du wissen musst Ja, bist du ja Du hast uns einen Schreck eingejagt Junge Lady Oh shit, ich glaube Ich darf mich Nicht wieder erwischen lassen Wir spielen die Mia jetzt Oh shit Oh shit, shit, shit Das ist gar nicht Was ich hier überhaupt machen muss Ah, ich wollte die Freude jetzt eigentlich auch langsam Dann mal so Ich hab nichts im Inventar Ganz klasse Kann man da irgendwas machen Nee Braucht zumindest irgendwelche Ja, wir schauen hier nochmal eben ganz kurz rein In die Mia-Geschichte Hier drüben Hier drüben Mami Oh shit Wer ist das denn Hier ist irgendwas Verwarztes Hier müssen wir aber, glaube ich, durch Trifft alles nix War das noch so War das, ne? Wenn die jetzt gleich kommt, die, Alter Ich denke mal, ich werde das hier ähnlich lange überleben Ja Oh shit, 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 shit Oh shit, shit, shit Ich muss mich verstecken Shit, shit Ich muss mich verstecken Shit, die geht nicht auf die Tür Was hab ich getan, dass ich das verdiene Außer dich in mein Hain zu lassen und dich zu verpflegen Bewegt dich nicht! Oh shit Oh shit! Geh zurück auf dein Zimmer, sofort! Das war's Krasser, krasses Ende Ja, die Alte hat mich richtig fertig gemacht Okay, ihr Lieben Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Einschalthilfe hier Ich bin völlig fertig Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Haut rein, bleibt gesund und ciao! Bis zum nächsten Mal Ich bedanke mich bei euch